So, herzlich willkommen zu StarCraft 2. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man als Terraner schnell einen Wall-In baut. Allerdings mit nur zwei Gebäuden. Wir bauen zunächst ein Depot hier unten hin, und zwar neben das rote Feld der Rampe, genau hier hin. Und der Vorteil in dieser Taktik liegt darin, dass wir also unterhalb der Rampe nur zwei Gebäude brauchen. Und dementsprechend ist der Wall-In schneller da, und kann feindliche Scouts früher abhalten, als wenn wir oberhalb der Rampe dicht machen. Dort würden wir drei Gebäude benötigen. Wenn das Depot fertig ist, bauen wir jetzt eine Kaserne, nämlich genau hier hin, unterhalb von dem einen roten Feld der Rampe und dem einen roten Feld des Depots, hier hin. Und das war's auch schon, jetzt ist die Rampe dicht. Es sieht zwar nicht so aus, aber hier kommt keine Einheit mehr durch. Ich demonstriere euch das auch nochmal ganz schnell. Ansonsten war's das. Vielen Dank fürs Reinschauen und viel Vergnügen in StarCraft 2.